Nach dem Kurztrip von Amazon-Gründer Jeff Bezos ins All hat seine Raumfahrtfirma Blue Origin noch für dieses Jahr mindestens zwei weitere Flüge angekündigt. Die Nachfrage ist sehr hoch, sagt der 57-Jährige nach der Landung am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Und weiters, wir gehen auf 100 Millionen Dollar in Ticketverkäufen zu. Nach den zwei Flügen noch in diesem Jahr müsse man sehen, wie es im nächsten Jahr weitergehe. Auch er selbst würde sofort wieder ins All fliegen, sagt er nach Angaben des Forbes Magazins reichste Mensch der Welt. Bezos witzelt, selbstverständlich, wie schnell können wir das Ding wieder betanken? Zuvor hatte er gemeinsam mit seinem Bruder Mark, der pensionierten US-Pilot in Wallyfang und dem 18-jährigen Niederländer Oliver Diemen an Bord des Raumschiffs New Shepard einen insgesamt rund 10-minütigen Allausflug unternommen. Rund zehn Tage zuvor hatte bereits mit dem Briten Richard Branson ein anderer Milliardär sein eigenes Raumschiff getestet. Auch Branson erhofft sich einen Einstieg in das Geschäft mit dem Weltraumtourismus. Kritiker werfen den Milliardären allerdings vor, ohne Rücksicht auf das Klima und weitgehend ohne wissenschaftliche Forschungsinteressen sehr viel Geld zu verschwenden. Der Chef des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen, David Beasley beispielsweise, gratuliert Bezos zum Allausflug, ruft ihn per Twitter aber auch erneut dazu auf, sich für die hungerleidenden Menschen auf der Erde einzusetzen. Er twittert, wie du vom Weltraum aus gesehen hast, ist die Erde ein ganz besonderer Ort. 41 Millionen Menschen stehen an der Schwelle zur Hungersnot. Ich brauche deine Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe.